Schon wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Spiel. Ihr seht, die Grafik sieht jetzt nicht so berauschend aus. Es ist Trade, heißt das Spiel. Trade noch irgendwas. Das Spiel. Alles mit Tastatur hier ohne. U.A. Europäische Union. Ja, aber was ist U.A.? Ich hätte es jetzt eher an Amerika gedacht von Bauart. Okay, Google. Europäische Nummernschilder U.A. Laut Autolexikon. Das internationale Kfz-Länderkennzeichen U.A. steht für Ukraine in Europa. Aha, Ukraine ist das also. Tür öffnen wir mal, das ist dann O. Oder Null. Oh, okay. Oh, mit WSD fahren oder was? Oh, leck mich doch am Arsch. 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 Zähne Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Okay. Mm-hmm. Oh Gott. Nee, das ist ein ganz schreckliches Spiel, Leute. Das ist... Nee, 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 nee. Das mag ich nicht spielen. Die Steuerung. Und das ist alles so klobig. Das versprüht doch keinen Charme irgendwie. Nee, Alter, breche ich in der 11 Minuten ab. Das ist... Also, nee, nee, nee. Das ist nichts. Also, das ist gar nichts. Weiß ich nicht. Also, für mich überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt für Fans von Simulationen, ob das da was wäre, kann ich bei dem Spiel jetzt echt schlecht beurteilen. weil ich glaube eher weniger. Ich glaube eher weniger. Also, da gibt es viel bessere auf dem Markt, denke ich mal. Also, da breche ich hier ab, Leute. Sorry, aber das ist... Nee, das geht nicht. Nee, da kriegt Pluck beim Spielen mit. Das macht mir kein Spaß. Die Steuerung so grob und... Ach... So... So trist. Nee. Ich hoffe, ihr konntet euch trotzdem einen kleinen Einblick gewähren. Äh... Ich bin da jetzt mal weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Also, erstmal Escape. Das sehe ich. Da新ation in disability. Und wie Sie das hier in die generale W article mit Peirgrin nécessaireCH. Oder sie bildern musique. Du episode mit Eiwelle.